Starke Parade, klasse gehalten, sehr guter Ball von außen, ganz starke Flanke, ein tolles Tor, ta, guter Körpereinsatz hier. Das traut sich heute auch nicht mehr jeder. Hector, sehr gut reingespielt, der geht flach rein, nichts zu halten, Beißer, das macht der Klasse mit dem Kopf, boah, war das echt, auf der Linie, super Aktion, Tor, der Ball ist drin, so muss man das vor dem Tor machen, ganz stark, Lukas Kosta, gefährliche Flanke, der Kopfball ist drin, klasse gemacht, ein Wahnsinns-Treffer. Müller, Thomas Müller, und Tor, Müller trifft, das war ein super Volley, Lewandowski, Aubameyang, und Aubameyang, Aubameyang, was für ein Heber, ein super Tor, klasse Parade, den hat er super gehalten, den Elfer hält er ganz stark. Klasse Treffer, gutes Timing, den musste er erstmal so machen, super Tor hier, mit dem Kopf, sieht gut aus, der Pass kommt, sehr guter Schuss. Kalou, wirklich ein tolles Tor, den nimmt er direkt, was für ein Tor, ein Wahnsinns-Treffer, was ein Strahl. Chicharito, Chicharito, und Tor, mit ganz viel Gefühl, was der drauf hat, Wahnsinns, der Fall, der geht flach rein, nichts zu halten, da zeigt der Einsatz, das hat er aber ganz locker gemacht, super Tor hier, mitten im Kopf, Martin, da geht er mit vollem Körper Einsatz rein, Klasse Kopfball, ein richtig gutes Tor, aus dem Winkel zu treffen, ganz, ganz großer Respekt, klasse Freistoß, Tor, ganz stark, der Ball geht flach in die Ecke, Wagner, Klasse Kopfball, und Tor, er behält ihn ab, so macht Fußball Spaß. Untertitelung im Auftrag des ZDK Untertitelung im Auftrag des ZDK